Ihr mögt fruchtige Kuchen, dann müsst ihr diesen hier probieren. Ich habe Preisebergkuchen gemacht zum Geburtstag meiner Oma und zwar so. Ich habe die gute Butter mit dem Zucker und dem Vanillezucker gut schaumig gerührt. Dann habe ich die zwei Eigelbe hinzugefügt und den Schmand. Das Ganze gut weiter verrührt, dass es eine Masse ergibt. Dann wurde das Mehl mit dem Backpulver hineingesiebt und nochmal gut verrühren. Zum Schluss kamen dann noch die gemahlenen Haselnüsse hinzu. Jetzt habe ich den Teig nochmal ein bisschen mit den Händen geknetet und dann kam er für eine Stunde in den Kühlschrank. Nach der Stunde kam er dann in eine Backform und dort habe ich ihn dann als Boden ausgebreitet. Dazu habe ich meine Hände benutzt und ihn immer Stückchen für Stückchen in die Ecken geschoben, von der Mitte aus zum Rand. Und am Rand dann nochmal ein bisschen nach oben, sodass der Teig oder der Bodenteig einen Rand noch hat. Dann wurden noch Löcher mit einer Gabel hineingepiekst und das Ganze kommt dann für ca. 10 bis 15 Minuten in den Backofen. Die Backzeit holen wir ihn raus und jetzt machen wir uns an die Füllung. Dazu verteilen wir als allererstes die Preiselbeeren obendrauf, sodass halt auch überall die Preiselbeeren gut verteilt sind. Ich finde, das sieht jetzt schon richtig lecker aus. Natürlich kann man das auch mit jeder anderen Frucht machen, Heidelbeeren, Erdbeeren, wie auch immer. Jetzt kommt das Topping und dazu nehmen wir die Haselnüsse, die gemahlenen, den Zucker, den Vanillezucker und die Sahne und verrühren das Ganze richtig gut, sodass es eine Masse ergibt. Dann nehmen wir unseren Boden mit den Preiselbeeren wieder und verteilen obendrauf die Haselnuss-Sahne-Mischung, sodass auch hier wieder der Boden gut bedeckt ist, weil das es nachher ausschlaggebend gibt, um eine schöne gleichmäßige Kruste zu erhalten. Dann kommt das Ganze im Backofen, so sieht er aus, wenn er rauskommt. Die Sahne ist schön fest geworden. Der Kuchen hat eine ansprechende braune Farbe erhalten. So sieht er am Rand aus. Geschmacklich ist er sehr fruchtig und nicht zu süß und für jeden Fruchtliebhaber ein Genuss. Von innen hätte ich euch auch gern noch ein Foto gezeigt. Leider habe ich das nicht gemacht, aber ich kann euch sagen, der Kuchen war sofort weg.